Wie gesagt, ich komme gleich mit, äh, wie viel Metall habe ich schon? Ich muss selber ein paar Bären essen jetzt, ey. Ich komme mit fast 1000 Metall runter gleich. Könnte noch ein bisschen holen. Ist ja genug. Eins, zwei, drei. Ja, ich komme mit definitiv 1000 runter. Oh, nice. Ich komme mit sogar ein bisschen mehr. So. Das ist sehr kalt. Nach wie vor. Ah, hier sind Ankylos sogar. Hier rumstopfen. Alter, ich kann bis runter auf unsere Basis sehen. Das ist verrückt. Ich sehe sie natürlich so nicht. Yeah, ein Mammut ist fertig. Alex, was fristen Argentabes? Äh, Fleisch. Okay. Ich komme mit, du rüsselt hier. Einer ist da. Da habe ich vor Freude gekackt. Soll ich nur mit einem runter füßen? Naja, wobei, bevor ich angegriffen werde. Dicken. Der würde es noch schaffen. Der andere weiß ich nicht. Ich glaube, den anderen mache ich platt. Ich bin auf Stufe 45. Du dummes Tier, Alter. Ohne Scheiß. Oh, oh. Oh, oh. Ich drohe zu verdursten. Das ist noch kacke. Okay. Dickerchen, komm. Ich muss dringend runter, sonst bin ich gleich weg. Oh, scheiße. Ich glaube, ich bin gleich hier. Ne, wobei, ich habe Bären. Bären helfen bei Dehydrierung. Okay, cool. Zumindest ein bisschen, weißt du? Da oben ist alles zugefroren oder gibt es einfach kein See oder so? Äh, ne, ich bin mitten auf dem Berg. Achso. So, Mammut. Komm. Ich bin gleich wieder an mit dem Durst. Was ist das denn? Ah, ich bin gleich im Wasser. Boah, scheiße. Beall dich, Boy. Und da unten wird noch ein Tier gelegt. Das ist ja der Wahnsinn. Mal schauen, ob ich das schaffe. Äh. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich hoffe, das Mammut überlebt den Sturz auch. Aber hier sind auch Mammuts. Aber Schlagt mich Richtung Wasser. Danke. Jetzt töte ich euch. Blöden Wölfe. Ah, scheiße. Ich glaube, ich überlebe es nicht. Es sind drei Wölfe, die auf mich einschlagen gerade. Ja, die haben wir schon einmal getötet. Ich bin tot. Nico, ich hoffe, du hast ein Bett gebaut. Ähm, du wolltest ein Bett bauen. Nee, du solltest doch eins bauen. Ach, nö, komm. Da muss ich halt echt ein riesiges Stück laufen jetzt. Was, wenn ich den Schlafsack jetzt noch baue? Äh, mach mal. Ich hab doch gesagt, baue ein Bett. Weil du doch gesagt hast, ob du die bauen kannst und so und rechts ins Eck. Nee, ich hab gesagt, ich baue die Schränke. Ich hab dich gefragt, ob du... Egal, ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall wollte ich, dass du sie baust. Also die Schlafsäcke stehen. Na, ich kann nicht schnell reisen. Das heißt, ich muss den ganzen Weg laufen. Judy. Ja, das ist scheiße. Ja. Ach, Mann. Nee, ich bin sachte noch. Ah, egal. Jetzt könnte ich mich drüber ärgern. Bringt ja nichts. Und ich muss halt durch richtig gefährliches Gebiet. Das ist richtig kacke. Ach, du schäuze. Hm. Boah, Mann ey, scheiße, aber wird schon angegriffen, herzlichen Glückwunsch. Was ist mit, mit dem Pteranodon zu fliegen? Ja, aber ich bin gerade wo ganz anders gespawnt. Wieso, ich dachte halt in unserer anderen Basis. Ja, nicht ganz, ich bin da beim Berg gespawnt, wo wir auch ein Bett hatten. Och Gott. Ja. Ich bin gleich eh tot. Hinter mir läuft ein Raptor schon hinterher. Ich hab hier auch vier Raptoren vor der Basis. Ja gut, die kriegst du tot. Wenn du die Rüstung aufgebessert hast, können sie dir egal sein. Soviel Schaden machen sie nicht. Oh Mann. Ja. Das Problem wird sein, eher meinen Körper zu holen, der da hinten irgendwo liegt. Eigentlich müsstest du mitkommen. Weil du, weil jemand müsste mich halt beschützen, weißt du. Ja, das ist wirklich guter Stuff. Ja, scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen, wo wir uns am besten treffen sollten. Also ich bin jetzt schon hier da, wo wir runtergekommen sind. Wo wir dann später unsere Basis unten gebaut haben. Also der Weg war zum Glück relativ easy. Da war nicht wirklich viel Bedrohung. Das ist ja scheiße Timberwolves, Alter. Die haben mich so angegriffen und die waren so furchtbar stark. Was ist jetzt los? So. Hopse. Jetzt komme ich in kaltes Gebiet. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass ich nicht gleich wegsterbe. Oh, ein Triceratops. Hallo. Ein Stego. Ach du Scheiße. Da rennt jetzt, da rennen jetzt vier Allosaurier rum. Bei meiner Leiche. Ach, bist du schon da oder was? Hab ich doch gerade gesagt. Ach so. Ich bin gerade da. Ach so. Ja, das habe ich falsch verstanden. Guck mal, dass ich mich vielleicht drumrum friemeln kann gerade. So ein Mist. Na ich. Ja, scheiße. Das sind vier Timberwolves. Die haben mich vorne geschrottet. Und mein Mammut ist halt auch nicht mehr da. Ich könnte halt mit der Armee kommen. Ja. Wohin? Ich bin quasi an der Kiste. Ich versuche hier einfach mein Zeug zu holen. Ist mir jetzt auch egal. Vielleicht habe ich hier großes Glück. Ja, ich bin direkt wieder gestorben. Instant. Aber jetzt müsstest du doch hier. Ja. Da. Okay. Ich würde jetzt sagen, dann können wir Verstärkung mitnehmen und. Ja. Enable Following. Enable Following. Wenn du den T gedrückt hältst. Ja. Kann so glaube ich sagen, pfeifen alle Folgen. Weißt du das vorher schon? Ja, nicht alle. Glaube ich. Ich nehme einfach die vier mit und dann ist gut. Gute Idee. Sehr gute Idee. Danke. Wieso? Wieso? Ich wollte eigentlich meinen Säbelzahntiger holen. Weil ich habe den nämlich hier noch liegen gehabt. Ich konnte nicht anders durchkommen. Ach komm, Allosaurus. Allosaurus. Ich meine Karmi. Weiß ich mit dir nicht. Das für euch ist wirklich hier verstreitend. Icheledur geht, weil ich die Tore. Ah es sonst müsste schmerzen und werde. Kommt. Von 0 auf 100, wo bist du? Was machst du? Chillst du hier wieder? Hä, warum? Ich hab doch gesagt, kommt alle mit. Alter, was sitzt los? Ah, okay, gut. Jetzt hat er es verstanden. Hallo? Alter. Wie ich das gerade hasse. Nur der kleine Karin hat mir stehen lassen. Ach man, lass mich doch mal los. Ich hasse dieses Rumgebagge, Alter. Komm. 1, 2, 3, 4, perfekt. Alle da. Jetzt schwimme ich mit denen schnell durch. Na, komm. Ach, Leute. Kommt doch einfach mit. Scheiß doch auf dieses dumme Fisch da hinten. Oh, ich hab gedacht, das wäre jetzt ein Allosaurus, der uns wieder folgt. Aber es war unsere. Der Name hat sich nur nicht angezeigt. Ich hab ne Leuchtpistole gefunden. Ah, schön. Okay. ja toll jetzt sind die scheißer weg nö doch nicht ganz was willst du dich fressen wir als allererstes alter hier sind tiere die sind wirklich stark ich hätte einer unserer khanus ist tot alter was jetzt greift er mich schon an wenn wir doch einfach in ruhe du spacklacken alter wird einem ja schlecht was ich war wieder na kommt doch Ich will doch nur auf mein T-Shirt steigen. Ah ja klar, der... Ich weiß auch, warum er nicht kann. Nimm den Scheiß, nimm den Scheiß. Du kannst jetzt, komm. Kommt, Jungs und Mädels. Oh, ein Piranha. Okay. Kommt ihr? Ihr seid hoffentlich groß genug. Ja, die kommt. Perfekt. Hauptsache, die laufen jetzt mir nicht in die Quallen rein, Alter. Schon wieder Quallen. Naja, hier sind überall leider Quallen. Habt das gleich. Hallo, Saurus. Hallo. Da, kommt der. Er hat irgendwas getötet. Also, ich habe Ressourcen mitgebracht. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade anbieten kann. Ich kann dir leider keinen Mammut anbieten. Der ist gestorben. Ja, klar. Keinen, kein Mammut anbieten. Alex, so eine fette Schildkröte, die gibt kein Schittin oder so wegen ihrem Panzer, oder? Doch, doch, auch. Aber nicht viel. Hast du den, diesen Ofen, diesen besonderen Ofen gebaut? Ja. Ah, du hast Kala gezüchtet. Oh, gut. Nein, 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 nicht. Nein, nicht. Wann dann deaktivieren? Und Disable Following. Disable Following. Komm. In die Seite. Gegen was kämpfst du? Gegen so eine Schildkröte. Verhalten, Disable Following. Ich habe auch noch mal einen zweiten Agentarus. Oh, sehr schön. Einen Agentarus habe ich gefressen gehabt. Na ja, 35 Gerard Schien. Ich brauche... Sehr schön. Das ist nichts.